moin leute herzlich willkommen hier im schwimmelkrimi mit dem IAC an Steine sammeln aber der ist im moment echt am schwimmen, dass der hier vorwärts kommt das gar nicht so einfällt wir in der letzte folge noch angefangen Steine zu sammeln weil wir die Fläche noch fertig machen müssen wir müssen die Walze gleich umsetzen und dann können wir anfangen zu drillen wir müssen auch noch eine Fläche, glaube ich, Steine sammeln ich weiß gar nicht, ob da viel ist oder nicht wir sind gleich im Nachhinein schon aber eben das hier fertig machen, dann setzen wir die Walze um, dass er walzen kann und wir müssen auf jeden Fall auch den Steine sammeln leer machen ey, dann bringt ja gar nichts nur, das rein ist die Geschwunde ich hoffe, das geht jetzt so besser, dass man mich besser versteht ne, ich hab die Gesamtlautstärke nochmal 20% runtergestellt ne, müsste mir halt mal Feedback senden ich krieg das selbst nicht mit ich kann meine Dinger laut und leise machen wie ich das haben möchte von daher merke ich das selbst nicht so und es tut mir leid, wenn ich nicht so so gut klinge ich hab's ich glaub, bei uns auf der Arbeit gibt's keinen, der die Seuche im Moment nicht hat, ne also boah, herrlich es ist echt zum Mäuse melken, ne es wird ja schon wieder besser, ne Knochen tun mir noch nicht mehr so weh es ist schon mal ein Vorteil da sind 5000 Meter drinnen, ne ich hab den hart ahn warum eigentlich wisst ihr auch nicht, ne ich auch nicht guck mal, wie der am Schwimmen ist mit dem Gewicht hinten drücken aber der Schlepper ist einfach ähnlich nix über rote Power einlegen ist ein bisschen an Radieren, ne da sind sie, ne man muss ja auch da hinten so ein bisschen in der Kurve schrutschen, ne natürlich fällt man so nicht übernatter guck mal, Hundegang siehste, ey, da kannst du den Wind nie AC fahren, Hundegang siehste, ey, da kannst du den Wind nie AC fahren, Hundegang ah, hier ist Blockloch und der dort hier gleich fertig ist so nicht mehr Moor sieh klar, meine Moors ist auch nicht mehr Moor so guck, letzte Bohren gleich, ne 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 stimmen die Inman Proben hoppläschen habt ihr schon fertig können wir gleich ein Drillerchen machen oder was sag mal Hundegang und komm, weil die Geschwindigkeit nicht stimmt ne guck mal, wenn wir das hier noch auffällig wollen sie ihn he ne 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 so viel schneller klappt er gleich viel besser erste fläche abgefrühstückt korrekt wir den in zum hof machen den leer auf der anderen entgegen den stein gesammelt ja doch muss ich weiß das korb nicht so genau wichtig ist dafür auch ganz drüben kommen das ist schon echt premium mit dem ordner los die grasfläche müssen wir gleich walzen die andere ist ja gewalt nach cp gleich fix die vorsicht kollege muss ich eben rum um die kurve er kommt so in die pötte er hat sogar keine schmerzen voran kann er holt er auch nicht wir wissen die von der arbeit nach hause kommen und sich nur auf die couch schließen das habe ich gestern versucht das ist ja gar nicht mein ding also gestern auf den sonntag habe ich echt versucht mich zu zwingen auf der couch sitzen zu bleiben und gar nichts mal zu machen das ist nicht mein ding ich bin ganz ehrlich, ich kann lieber ein bisschen was machen ein Stück gar nichts auf der arbeit die sind nur allerdings so freundlich zu mir ich weiß auch nicht ich kann es vergessen ich habe hier schon vornig dass da was nachkommt auf der arbeit aber ich weiß ja auch nicht ich habe vor mir die ganze zeit weil die angestellt habe dass die so freundlich zu mir sind da kann ich gar nicht mit umgehen da müssen wir glaube ich doch mal einen anderen Schlepper dran haben da ist sie wohl nicht so gering als sie vornig auf der anderen Ecke sind bestimmt noch vier mehr steine da können wir so nicht fahren du ne was passiert was hier an den heiß geliebten Schlepper wir müssen aber auch gleich jetzt die Ball noch von der Fläche oh hoppli ist hier Uwe ist auch schon dauernd Streifen laufen ne passt halt auf dass keiner auf den Hof kommt der hier nicht dort ab darf das ist Uwe bisschen Futter in den Napf ab und zu mal zum nachbarsöhnen gehen dann ist er es gibt keinen besseren Wachhund ha er zickt die das gibt keinen besseren Wachhund wie Uwe ok das ist nase 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 Fahre, boah. Ne, be? So, ich mir einen, der mit dem IAC in den Hundegang fährt. Habe ich euch gezeigt. Geht ne IAC-Hundegang-Fahrende. So umhängen. Und der wieder vom Mischwagen oder was. Oder kann der einen Ballenwagen gleich. Ist doch gar nicht leer geworden, oder? Wir sind vorgerollt. Schick, oder? So, aufpassen. Ist leer, ne? Ja. Entschuldigung. War mit voller Absicht. Ich hätte vielleicht direkt ins Mikro husten sollen. Das wäre viel cooler gewesen. Weißt du? So, so boss-mäßig. Weißt du? Wäre bestimmt cool. Apfel. Der kommt eben an den Ballenwagen, ne? Dann steht dir da gut. Ein Streuer läuft ja jetzt, ne? Wir haben einen anderen jetzt hier die Ballen zum Anleger. Dann kannst du erst mal unter Dach. Ne? Dann kommst du erst unter Dach. Wie schön hin. Der Helga kommt nachher. Die poliert dich nachher. Streichelt dich ins Schlaf. Dann läuft der Laden. So, den brauchen wir. Oh, ich hab die Scheiben auf. Deswegen versteh ich mich nicht mehr. Also die Scheibe. Ich bringe mir die Scheibe auf. Jetzt ist sie da, des Rätsels Lösung. Deswegen habt ihr mich auch nicht verstanden. Ah, schau. Oh, das ist noch ein bisschen auf. Schick gerade. So, auch immer zu machen. Siehst du jetzt, verstehst du mich ja? Also das ist ein Schickhauken hinter, der kann wachsen. Ja, ich würd gern Glühvorn den nächsten Mal. Oder wir haben den Mist vorn, ne? Haben wir gar keine Fläche. Gerade viel will. Cheat, cheat, cheat. Diesen 900er Fendt, ne? Den gibt's auf FBM. Musst du da mal nachgucken. Im Fendtbereich. Und wenn jemand schreibt, wo ist das her? Tut mir leid, ist meine Tastatur im Kommentarbereich kaputt. Man kann wenigstens mal Moin oder Hallo sagen. Da hab ich dir kein Problem mit. Antworten nicht gerne. Aber wenn jemand schreibt, wo ist das her? Da ist die Tastatur kaputt, ne? Nur, dass du bescheid wirst. Ein bisschen Freundlichkeit sollte man schon voraussetzen, ne? Ich bin der Letzte, der nicht antwortet. Aber wenn jemand nur einfach schreibt, wo ist das? Gib hier. Nee, Tastatur kaputt. In dem Augenblick. Nur, dass wir dann mal drüber geredet haben. Sonst antworte ich. Wenn jemand Moin oder Hallo schreibt und dann einfach nur nett fragt, no problems. Sven ist der Letzte, der sagt, nee, mach ich nicht. Die müssen der Steine von dem Schieb dran. Aber auf Conar.com hab ich nie vorher gelesen und einfach fragen, wo gibt's das? Oder was, wo gibt's das? Antworte ich nicht drauf. Nur, dass du bescheid bist. Wenn ich hier ganz ehrlich. Ab und zu auch mal selbst die Initiative ergreifen. Dann noch Coin geschordet. 12,3, ne? 12,3 M. Premium 5000. Du machst hier erste Wegpunkt, Kollege? soll ich mal gehen? Ich hab das Gefühl, ey. Mach mal runter, doch! Das ist genau. Ja, muss ich noch mal. Ja, das ist gut. Rechts ist Gors, ne? Rechts. Da, wo du den Fuß nicht draufstehen hast, da ist mein Gors-Pigero. Das ist schön, der Schlepper, ne? Ein bisschen laut. Kriegt ihr, glaube ich, hin. Wir haben andere Sachen zu erledigen. Da noch mal abhängen, ne? Ich dachte, ich hatte die abgehangen, ne? Es passiert mir in letzter Zeit andauern. Schick gerade am. Und dann bleibst du jetzt jetzt draußen stehen. Er leckt mich an die Füße. Oh, der macht seinen Job da, weh? Und wenn auch nichts läuft, außer die Nase, der macht seinen Job. Oh, und nicht sportlich, du. Aber es läuft. Wir müssen mal eben Steine sammeln. Boah. Da konnte er auch eben machen, ne? Kann ich in der Zeit was anderes machen? Ich habe nur keinen Schlepper vor. Falsche Menü, ne? Ich sagte aber auch nichts, ne? Kann es ja nicht sein. Sind wir schon so ein High-Teach-Kanal? Und dann machen wir es doch noch verkehrt. Mann, 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 Mann. Oh, mit 40 über den H4. Ja, spinnen wir eben fegen eben den Stall da. Ja, wir müssen gucken, hier, die spinnen wir eben sind aus dem Stall auch weg, ne? Hast du gesehen? Rutsi-Futsi... Och, Uwe! Uwe! Gehen wir dabei sind alte da, Uwe! Och, Uwe! Watt, watt, watt? Will wechseln? Pickstop, Uwe? Danke. Uwe, das ist ein zuvorkommender Hund, ne? Echt, Sack und Hasche. Sack und Hasche. So, der kann Steine sammeln und wir holen nächste Folge in den Ball. Nix passiert. Alles noch anliegen. Echt. Heute Morgen dachte ich auch, ich träume, ne? Heute Morgen hat es schon wieder gefroren gehabt. Die letzten Tage waren 17 Grad und morgen war alles dachweiß. Ich denke, schickie feine muss ich doch noch meine Winterjacke wieder aus den Shoppen holen. Gut, dass ich die hinten nur an der Tür habe. Seid mal, wo stockt's denn da? Du hast ja auch was in Kaffee gehabt, oder? Sag mal, Kollege. Vorma, jetzt da weiter. Wir haben eulig. Jetzt vergessen den Möller. Bin ich bei den Nachbarn in Minpum? ziehen. Ich hab das Vorrecht, hoffentlich. Das ist nicht so, also Leute. Einfach bei den Nachbarn da in Minpum ziehen. Wir mussten noch nie auf den Acker, ne? Ja, ja, richtig erkannt, Sven. Hast du gut gemerkt. Bin stolz auf dich. So, liebe Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zuguckenbisse hier. Wenn's euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn's euch gefallen hat, hier auf dem Chaoskanal, ist das 15? Ja. Und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sorgen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.